Herzlich willkommen zum Sieben-Tage-Trend. Das ist jetzt hier zugleich auch der Aufwärtstrend. Für kommende Woche sieht es tatsächlich positiv aus. Für alle, die den Frühling lieben, die Temperatur wird ansteigen. Auch die Wetterqualität, die nimmt eindeutig zu. Es wird wesentlich freundlicher. Über Skandinavien wird sich eine Hochdruckzone etablieren. Und dementsprechend wird die Luft von Norden immer besser abtrocknen. Aber zuvor haben wir es eben noch mit Tiefdruckgebieten zu tun, mit dem Zustrom auf Umwegen von Polarluft. Und der Tiefdruckeinfluss, der hält auch noch am Wochenende. Hier wirbelt so ein Tiefdrucksystem genau zum Wochenende bei uns herum. Aber danach baut sich über Nordeuropa eine großräumige Hochdruckzone auf. Und dementsprechend wird es zuerst im Norden Deutschlands freundlicher, während das Tief hier im Mittelmeerraum dem Süden Deutschlands teilweise noch Schauer auch bis Mitte kommender Woche bescheren wird. Aber schauen wir der Reihe nach erstmal auf die Niederschlagsanimation. Also in dieser Woche kommt noch einiges runter in Sachen Regen, in den Alpen auch Schnee. Und dementsprechend geht in Sachen Sonnenschein am Donnerstag relativ wenig. Vor allem in Ober- und Niederbayern ist es oft trüb. Wetter begünstigt die Küsten dort bis zu sieben Sonnenstunden. Wetter begünstigt ist dann am Freitag vor allem das Nord. Ihr Umfeld erscheint die Sonne relativ häufig. Ganz anders im Osten, da sind dichte Wolken unterwegs, die teilweise Tropfen bringen. Dort auch nur einstellige Höchsttemperaturen. Temperaturen nach kalter Nacht im Nordwesten im Sonnenschein hingegen Temperaturen von bis zu 15 Grad. Am Samstag wirbelt eben das nächste Tief bei uns herum. Das bringt teilweise kräftige Regenschauer, viele Wolken und nur stellenweise ein paar Lichtblicke bei Höchstwerten von 10 bis 15 Grad. Ähnlich auch der Sonntag, wobei sich der Schauerschwerpunkt so langsam nach Süden verlagert. Und das ist eben schon die ganz vorsichtige Tendenz in Richtung nächste Woche. Weil ja das hoch so langsam greift von Skandinavien herkommen. Dementsprechend am Montag im Norden schon relativ viel Sonnenschein. In der Mitte auch nach örtlichem Nebel relativ freundlich. Aber im Süden ist man dem Mittelmeertief noch so relativ nah. Und dementsprechend kann es dort noch ein paar abziehende Schauer geben. Und die Temperatur wird deutlich ansteigen. Zur Wochenmitte möglicherweise um die 20 Grad.